Gucke, jetzt sprechst du mich. Das ist ja cool. Das ist so schön. Guck mal. Mach mal mit zwei Hände und dann tut das auch. Dann hast du jetzt mehr Landesfläche. Ich muss dir auf mein Foto verloren. Aber das ist total schön. Und das finde ich an den Vögel so schön, dass sie so witzig ist. Vielen Dank.